Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Beldos Gate 2. Ähm, warte mal, theoretisch können wir sie eh hier nochmal rasten. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Ach schon. Ähm. Du bist ja jetzt dadurch überladen. Ähm. So, genau. Ah ja, den habe ich noch nicht angelegt. Tun wir das mal. So, das wechseln wir jetzt hier alles mal durch. Okay, das bringt jetzt eigentlich nichts. Gut, noch mehr zu verkaufen. Ja, alles klar. Gut, es gehen halt vier Lebenspunkte flöten, aber passt. Äh, genau. Das haben wir schon gelootet. Ah, hier ist noch was. Oh. Alles klar, jede Menge gezaubert. Ich glaube, das sind alles Sachen, die wir schon haben. Auf geht's! Jetzt weiß ich wieder, warum wir verstanden. Doch nicht? Naja, gut. Erst am zweiten Grad. Du hast ja noch kein Feuerball gelernt, okay? Ja, wenn es denn sein muss. So, schauen wir mal. Oh, ich glaube, sonst ist echt mal nichts mehr mitzunehmen. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Na, das sieht gut aus. Okay, cool. Dann. Gehen wir nochmal zurück. Ich glaube ja nicht, dass wir was Neues gefunden haben jetzt. Muss eueres Schwert, das brennt? Habe Creme dafür. Gucke weiter. Baal hatte, wenn ich verlete. Ah! Sich. Was vielleicht. Dumm. Dumm. Was haben wir denn da? Ein Buch. Da habt ihr was, das riecht wie Dreck. Müsste mal gewaschen werden, das. Mal nicht so wild. Okay. Okay. Das ist vielleicht was hier. Noch war nun nichts mehr da, wo ich was machen kann. So viel dazu. Oh, glänzende. War ja dann auch zu erwarten. Gut. Hm. Was haben wir dann hier? Ah, schaut mich an, Peacemaker. Seht, was ihr hättet sein können. Hätte Orion Saraburg und eurer Stadt genommen. Und hätte euer Weg eine andere Wendung genommen. Okay. Hm. Schaut mich an und wisst, dass ich euch zutiefst verachte und die Leichtigkeit verabscheue, in der ihr gelebt habt. Ich hätte, wer weiß was gegeben. Ähm. Ich bin zu Hause und einen Vater wie Dorian. Ich erlaube euch nicht zu existieren. Haltet mich auf, wenn ihr könnt. Gut. Gut. Dann, öffnen wir mal. Was haben wir denn? Ich warte. So. Wie sie schön. Ein Peacemaker-Leist-Schaden von Peacebagger. Na, das kann jetzt ja schön, äh, verwirrend werden. Ich helfe, wo immer ich kann. Sprecht frei heraus. So. Oh ne, komm, bevor jetzt da gleich jemand... Okay, du haust doch ganz schön rein. Uncool. Okay, ich glaube, ich muss mich vorher buffen und dann halt die Kreaturen beschwören, obwohl das Buffen ja echt schnell geht, gerade. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Ich warte, komm, der Rede wird. Ich werde dir jetzt einfach einen Tod gönnen. Oh. Ja. Bewaffnet. Verstand geschärft. Bereit, loszuschlagen. Sag mir, was zu tun ist. Ja. Aber ja, du machst einfach so viel Schaden gerade. In Ordnung. Dann... Erstmal buffen. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich meine Kreaturen mitnehmen kann. Ich warte auf euren Befehl. Okay, okay. Sagt mir, was zu tun. Ich hoffe, das wird was. Ja. Das ist doch wunderbar. Ja, ich glaube, jetzt zaubert der auch nicht so unglaublich großartig. Von daher... Wir haben mal ein Feuerelementar. Ich starte! Ja, nach wie vor haust du halt drauf und das mit dem Leben entziehen ist blöd. Das haben wir ja schon unseren tollen... Ähm... So toll, neue Rüstung. So viel bringt die ja auch leider nicht. Sagt mir, was zu tun ist. Du hast auch... Äh... Dings, okay. Ist schon geschehen. Ihr zeigt mir, wohin... Ja. Und ich schlage zu. Auf geht's! So. Dann gibt mir ja wirklich viel Schaden. Dann haben wir echt noch nicht gemacht. Das ist nicht gut. Sagt mir, was zu tun ist. Ich warte. Ja. Ich bin dabei. Würdet ihr vielleicht mal schneller zaubern, bitte? Dauert wieder ewig. So. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal gesessen. Jetzt endlich. So. Okay, den haben wir zumindest vielleicht platt. Gut. Dann jetzt bitte alle darauf. Äh... Irgendwer hat mich geheilt. Das ist natürlich nett. Wofür gehst du jetzt gleich drauf? Wo immer Minsk auch hingeht, man schlöse einen Schritt zur Seite. Ja gut, das Feuer in der Mitte macht halt auch nicht so unglaublich viel für unsere Rüstung oder für unsere Lebensbalken. Aber gut, wir haben uns gleich. Das ist gut als beschworen. Okay. Okay. Weil das heiltränke. Gut, endlich. Jede stürzt dich in mein Schwert Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einzigen Konzentration verloren. So, okay. Genau, hauen wir dich erstmal um. Dann bist du dran. Na, wieso macht keiner Schaden? So, jetzt aber. Na ja, schön. Okay, Zweite. Mhm. Und zwei Aufträge, ähm, Aufstiege. Cool. Können wir dir mal einen kritischen Schlag? Sonst noch jemand? Nee. Alles klar. Hat leider auch wieder relativ viel Lebensentenge kostet. Bisschen wieder Heiltränke in dem Fall. Alles klar. Boah, da haben wir jetzt aber noch. Eins, zwei, drei. Drei weitere. Ähm. So, ja, wahrscheinlich dann, wenn wir den nächsten erledigt haben. Also, wenn wir die beiden und dann fehlt, würde noch irgendwas kommen, was wir dann als letztes machen können, Schrägstrich müssen. Habe ich hier irgendwas reingelegt? Ich glaube nicht. Oh, glänzende. Hm. Ähm. So, genau. Einkauf können wir nicht bei ihm. Ach. Zespina geht wieder putzen und sucht die Rezepte. Oh. Hm. Okay. Oh. Glänzende. Oh. Gute Idee, das mir zu übertragen. Okay, ich denke, können wir einfach schnell reisen. Lachen wir was zu tun ist. Oh. So. Ah ja, tatsächlich. Dann müssen Sie sich zuerst mal zur Oase. In Ordnung. Schauen wir doch da mal vorbei. Mhm. Direkt angegriffen. Und dann Hauptmann. Oh, die Amis. Okay. Und was auch immer das jetzt zu tun, äh, zu zu sagen hat. Hier seid es schon wieder. Alt. Ihr seid ein Kind des Baals und für die Zerstörung der Stadt Saradusch verantwortlich. Ich habe die Order, euch hinzurichten, Peacemaker. Mögen die Götter eurer Gnade, äh, eurer Seele gnädig sein. Okay. Ähm. Bies. Oh, das sind einige. Ist was los? Na dann. Mal gucken, wie effektiv das wird. Ich bin bereit. Ich warte. Das sind natürlich einige. Ja. Ich brauche Trinkieren, die mir Heiltrinke verkauft. Na gut, ich nehme jetzt, glaube ich, erstmal noch die Kleinen. Die Kleineren. So sagen. Sagt mir, was zu tun ist. So, das hat auf jeden Fall gesessen. Schön. Ähm, genau, die Nachricht kannst du mal noch mitnehmen. Steckbrief. Ja, das machen wir dann nachher. Äh, ja? Ich warte. Nächstes Mal. Oh. Kriegerskelette. Okay, wo kommt die denn her? Aber gut. Wenn ihr meint. Oh, Kampfmagier. Nicht gut. Aber ich glaube, das könnt ihr ihn erledigt haben. So. Ich helfe wo immer schneller als Chickticker schnell pratze. Sehr schön. Warum machst du jetzt denn wieder sowas Lautes da rein? Ja. Ich hoffe, dass bringt was. Obwohl das eigentlich gar nicht so schlecht ist, um die J zugeben. Weil das jetzt halt das, äh, euch im Feuer hält. Die Nacht verwirrt. Die Nacht verwirrt. Die Nacht verwirrt. Ah, hier lebt noch einer. Okay, ja, stört einfach dann. Das ist auch okay. Okay, schon, da sei noch jemand zu gegen hier. Okay. Dann haben wir noch einer erbogen. Noch ein bisschen hier. Ah, alles klar. Guck mal, eine ganze Menge Bögen. Oh, da sind noch einige. Ähm... Jetzt hat das eine gerade aufgehört. Jetzt geht es hier unten direkt wieder weiter. Wie viel denn noch? Boah, das hat mal so viel Blut einzusammeln. Meine Klinge wird euch schon zurechtstürzen. Ich kämpfe. Ah, Kleriker. Cool. So, ihr nehmt euch mal gerade von den Tränken was. Da sind wir jetzt genug da. So, meine Güte. Gut, wir haben wieder Ruhe. Schön. Dann haben wir jetzt eine ganze Menge einzusammeln zu identifizieren. Was kann ich tun? Mehr kann ich nicht tragen. Tut mir leid. Ich habe etwas abgelegt. Okay. Plus-eins-Pfeile. Naja, wird der... Back-of-Holding mal wieder gefüllt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was ihr mir gehabt, liegt nun auf dem Boden. So. Ja, dann wird der auch wohl. Sammeln wir ein. Was steht denn eigentlich da drin? Ähm. 100.000 Goldmünzen. Mhm. Nett, nett. Okay. Was haben wir da noch? Aha. Der ist also für verantwortlich. Ja gut, euch geht es jetzt wieder so weit. Okay. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Mehr kann ich nicht fragen. Tut mir leid. Ich habe etwas abgelegt. So. Weiter geht's. Dieser alter Packesel hier. Ja, ich denke, die Plus-eins-Pfeile können wir mittlerweile dann auch verkaufen. Wenn wir das nächste Mal noch auf Mario-Golem treffen, schätze ich, dann werden wieder Waffen da sein. Und von daher mache ich mir, glaube ich, auch keine allzu großen Sorgen. Hm. 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 Den haben auch alle. Und es ist halt auch keiner von der Liste, die ich bräuchte. Von den Zaubern. So, die Nymphenträne brauchen wir auf jeden Fall. Hm. Ich warte. Aber noch einiges einzusammeln. Immer noch nicht. Komm, du kannst ja auch was identifizieren, oder? Oh, ne. Erkennen sie es einfach so. Gut, da habe ich mir ein bisschen was an. Dings sparen können. An Identifikationszaubern. Aber ich werde ihr jetzt gleich nochmal rasten. Von daher. Hm. Achso, du bist vielleicht dann auch überladen. Ja. Nein, die Kompositinger sind halt auch sauschwer. Es hört einfach nicht auf. Braucht ihr etwas? Ja. Sagt mir, was zu tun ist. Ich trage jetzt schon viel zu viel mit mir herum. Der Gegenstand liegt auf dem Boden. Na gut. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ähm. Beziehungsweise ich denke mal, ich werde das einfach mal so identifizieren. MME ist nichts mehr. Ja. Bisschen wie deutlich besser wir identifizieren, merke ich gerade. Ähm. Von daher. Ja. Suchen wir das jetzt alles mal schön zusammen. Und, äh, dann sollte das auf jeden Fall passen, denke ich mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß. Okay, okay. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut. Und, ciao, ciao. Ich warte.